Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Kaffettschall. In dieser Folge sprechen meine Mama, Nathalie und ich, Azo, darüber, was Zuhause sein für uns bedeutet, wie Selbstoptimierung und Unzufriedenheit Hand in Hand gehen können und halten fest, dass ungefragtes Feedback am Ende des Tages ungefragt bleibt. Holt euch ein Kaffettschall, macht es euch gemütlich und viel Spaß beim Zuhören. Hallo, guten Morgen mein Schatz. Hallo Mama. Ich freue mich sehr, dass du wieder zu Hause bist. Es freut mich, hier zu sein. Ja, und zwar, indem ich jetzt das sage, zu Hause bist, ist für mich immer wieder Thema, wo ist es zu Hause für einen. Wer entscheidet, wo ist der Maß, wo fühle ich mich zu Hause? Und das möchte ich dich fragen als mein Kind, weil eine Mutter sagt immer, ich kenne mein Kind, aber ich möchte dich doch fragen, wo fühlst du dich jetzt gerade so zu Hause oder angekommen? Ich liebe diese Frage, die ist so toll, weil ich mir auch darüber Gedanken gemacht habe, was ist zu Hause, wo fühlt man sich wohl? Weil eben jeder sagt ja, wo die Familie ist, wo die Eltern sind. Ich glaube, das stimmt bis zum gewissen Grad, wenn man ein Kind ist und Jugendlicher, weil man da sich selber findet, seine Persönlichkeit noch sehr stark noch ausbildet. Passiert im Erwachsenenalter auch, aber ist eben in der kindlichen, jugendlichen Entwicklung mehr da. Und später, wenn man ausgereifter ist, hat man ja klare Vorstellungen, was man möchte und was die Umgebung einem bieten soll. Und für mich ist das ein Aspekt, was bietet mir die Umgebung? Also entspricht sie meinen Interessen? Kann ich mich so entfalten, wie ich das möchte? Kann meine Umgebung mir das bereitstellen? Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt ist, wo bin ich zufrieden? Also wo habe ich das Gefühl, dass mein Körper mir sagt, die Emotionalität ist da, ich bin im Gleichgewicht. Also wie ausgeglichen ist man? Wie wohl fühle ich mich? Wie gern möchte ich an diesen Ort kommen? Ein dritter Aspekt würde ich sagen, ist, wo ist mein Lebensmittelpunkt im Sinne von Arbeit, Ausbildung? Das ist ein sehr zentraler Punkt. Also wenn ich das Gefühl habe, okay, ich lebe in einem Ort, an dem ich Geld verdienen kann, an dem ich meinen Interessen nachgehen kann. Im besten Fall ist das, womit du Geld verdienst, auch ein Interesse von dir. Aber das ist halt der beste Fall. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also die drei Aspekte, würde ich sagen, machen es für mich aus. Was ist es für dich? Ah ja, ich habe gewusst, dass das kommt. Ich habe mir gedacht, über dieses Thema, wo ist mein Zuhause? Wo fühle ich mich wohl? Ich glaube, darüber könnte man noch ein längeres Podcast machen, weil über Dach kann man wirklich ausführlicher und länger reden. Und ich würde mich freuen, falls auch die anderen Menschen das beschäftigen. Hey, wieso bin ich jetzt auf einmal in Namibia, in Afrika? Wieso habe ich da jetzt so ein Gefühl? Ich fühle mich zu Hause, aber ich habe ja recht nicht dazu. Ich glaube, darüber könnte man noch länger reden. Und ich würde diejenigen bitten, die uns zuhören, dass sie einfach sich melden, an uns schreiben und wir über das Thema noch länger reden. Für mich ist zu Hause zu sein, Geruch sehen, spüren, Geruch, was ich irgendwo gespeichert habe. Menschen, die mir das Ankommen in meinem Zuhause so glücklich machen. Meine Nachbarn, Menschen eben, die auf der Straße treffen. Und viel, viel mehr, weil ich eben auch in einem Land geboren bin, in einem anderen Land Teil von meiner Jugend verbracht habe und wieder dann in ein Land, wo ich geboren bin, zurückgekehrt bin. Und darum ist das Thema wirklich sehr, sehr weit. Und dieses, mein Zuhause ist da, wo mein Herz ist, kann auch passen. Nur für mich ist das Wort Zuhause viel, viel mehr und viel, viel weiter. Darum wünsche ich jedem Zuhörer, dass er das Gefühl, zu Hause sein zu dürfen hat und uns vielleicht anschreibt, dass man darüber eine längere Folge machen kann. Wie du sagst, sehr komplexes Thema, ganz viele Faktoren, die mit einspielen, weil unsere Vorstellungen sind schon unterschiedlich, weil wir andere Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben, die diesen Begriff halt prägen. Deswegen, wie gesagt, schickt uns gerne eure Meinung und eure Gefühle zum Thema Zuhause. Wir würden uns sehr darüber freuen. Was ich auch einen wichtigen Aspekt finde im Sinne von, wo bin ich zu Hause, ist auch, wo kann ich ich selbst sein? Und zurzeit kursiert ganz viel um das Thema, wer bin ich, wann bin ich die beste Version von mir, wann bin ich vielleicht nicht die beste Version von mir. Und da wollte ich dich auch fragen, was ist denn für dich die beste Version deiner selbst? Also was verstehst du überhaupt unter dieser Wortgruppe, unter diesem Konzept? Ja, mein Sohn. Zu der Frage, die beste Version von mir selber. Da hast du mich echt erwischt, weil Leben lang versucht man eigentlich als Mensch das Beste zu machen. Man wird auch zwischendurch gehindert, auf einen anderen Weg gebracht. Und ich glaube, dass die beste Version von sich, dass es eine Reise ist. Eine Reise von Anfang an. Aber was ich mich auch manchmal frage, ist, was heißt überhaupt beste Version von mir? Weil du hast ja auch gesagt jetzt, man kommt vom Weg ab, andere hindern einen daran. Ich frage mich manchmal, okay, wie stark ist die beste Version von mir selbst von anderen beeinflusst? Weil die beste Version von dir selbst, wenn Leute immer sagen, ich bin noch nicht da, wo ich sein könnte. Das hat für mich auch irgendwie so einen Beigeschmack von nicht zufrieden sein die ganze Zeit. Weil ich finde, ab irgendeinem Punkt darf man auch bei einer Version bleiben, mit der man zufrieden und glücklich ist. Und das, finde ich, ist auch interessant, dass man irgendwie voll oft das Gefühl bekommt, du musst weiter, du musst weiter voran. Du musst dieses Ziel erreichen, du musst jenes Ziel erreichen, du musst so aussehen, du sollst das und dem entsprechen. Und da frage ich mich manchmal, ist es auch wieder Teil dieses Unzufriedensein, damit du weiter konsumierst, damit du weiter irgendwelche Produkte in Anspruch nimmst? Oder denkst du da ganz anders? Das ist wirklich sehr komplex. Darum habe ich dir gesagt, für mich ist das eine Reise, weil du wirst beeinflusst. Erstens im besten Vorhaben von deinen Eltern. Vieles hängt davon ab, was erwartet jemand anderer von mir. Wie soll ich dir sagen, ich habe euch vier auf die Welt gebracht, aber heutzutage, ich habe einige Gespräche mit Bekannten gehabt, wo eine Frau einfach sagt, hey, ich möchte bei meinen Kindern noch zu Hause bleiben. Aber das andere erwartet von mir, hey, gehst du nicht arbeiten? Hey, ist das alles die Kinder und zu Hause zusammen? Und das ist einer von dem Ast aus dem großen Baum, wie du gesagt hast. Was erwarten die anderen von mir und wie sehr spüre ich mich von ihnen, um zu sagen, wie du sagst, hey, das reicht jetzt. Jetzt will ich mal da bleiben, wo ich gerade bin. Ob das fertig mit dem Studium, fertig mit der Ausbildung. Ein Kind zu bekommen und mich jetzt Jahre zwei auf mein Kind zu konzentrieren. Oder, 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 sondern du bist da, so wie ich, in dem, wo ich mir nachdenke, machst du immer weiter, immer weiter, weil es die anderen erwarten oder weil du selber so ein Typ Mensch bist, der immer diesen Adrenalin braucht. Das ist wirklich eine lange Reise. Ich glaube, das ist auch nicht immer so, dass man versucht, Erwartungen zu integrieren. Ich glaube, das ist, was du meinst, dass wenn du eh schon eine Version von dir bist und du kriegst ganz viele Erwartungen gespiegelt, dass du dann versuchst, auch diese Erwartungen in deine Version zu integrieren. Und das kann dann überfordern. Was ich aber auch interessant finde, ist, inwieweit bin ich auch mit meinen Gewohnheiten zufrieden? Weil ich habe viel mitbekommen, dass die Leute mit gewissen Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die sie haben, unzufrieden gemacht werden. Zum Beispiel, das sieht man ganz viel in diesen Essenskulturen, in diesen Diäten. Da wird ja immer gesagt, oh, du hast die Gewohnheit, viel Brot zu essen. Nein, das schadet wegen Gluten etc. Probiere was anderes. Dann bist du die beste Version deiner selbst. Nein, irgendwer anderer sagt, Fleisch ist nicht gut, weil Gesundheitsaspekt A, Umweltaspekt B. Um die beste Version deiner selbst zu sein, lasse das Fleisch weg. Und ich glaube, dieses immer Negativreden von gewissen Gewohnheiten, dass immer irgendwer kommt und dir sagt, nein, deine Gewohnheit ist so nicht in Ordnung. Und ich glaube, bei der besten Version von dir selbst geht es viel darum, dass du in dich reinhörst und schaust, tut mir die Gewohnheit gut? Also ist sie förderlich für mein Leben? Weil wenn ich dann das Gefühl habe bei mir, oh, diese Gewohnheit hindert mich an so vielem. Das ist ein Punkt, an dem ich sagen würde, solltest du die Gewohnheit versuchen zu verändern. Und wenn dir das für anderer spiegelt, sehr wohlgesonnen zum Beispiel, wenn du mir das jetzt spiegeln würdest, ich gehe ja davon aus, dass du die besten Interessen und Gefühle mir gegenüber hast und mir das deswegen sagst. Dann würde ich das ja reflektieren und sagen, okay, Mama hat mir das und das gesagt bezüglich meiner Gewohnheiten. Ich sollte vielleicht drüber nachdenken, zum Beispiel mit dem Thema Sport zum Beispiel. Du sagst mir öfters dann, wenn ich selber merke, oh, ich vernachlässige das ein wenig und hoffe, das kriegt halt niemand mit. Wer kriegt sie nicht? Die Mama. Und dann bin ich im ersten Augenblick vielleicht ein bisschen gekränkt. Aber ich bin froh, dass du mir das widerspiegelst. Aber ich finde, es wird schwierig, wenn zum Beispiel Konzerne, gewisse Influencer, gewisse Personen mit anderen Interessen dann ein gewisses Bild oder ihre Verhaltensweisen vermarkten wollen. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Aber grundsätzlich würde ich sagen, bei der besten Version von dir selbst geht es in Erste darum, welche Gewohnheiten habe ich und wie fühle ich mich mit ihnen. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, kann ich sie und will ich sie verändern? Ja, das ist wirklich wieder ein ganz, ganz intensives, cooles Thema. Beim, das, was du gesagt hast, in dich hineingehen und spüren, wie geht es mir beim Brot essen, was ich schon immer tue. Und dann kommt jemand, Freundin, Mann, egal wer, der sich voll gesund ernährt, unter Anführungszeichen, und sagt, ja, wieso isst du so viel Brot? Da glaube ich, da ist der Schlüssel. In dich hineinspüren. Nur, ich habe das Gefühl, dass wir alle, nicht nur, wenn man sagt, junge Leute, alte, wir alle leben zurzeit so schnell. Und wir kriegen so viele Impulse, egal ob das Fernsehen ist, Bekannten, Freunde, von überall kriegst du so viele Impulse, dass du ganz schwer die Zeit finden kannst, um dich von ihnen zu spüren. So leicht sagt man, du kannst alles, was du willst. Geh in dich hinein. Wie oft habe ich solche Sachen gehört? Aber Leute, das ist so schwierig. Und wie du sagst, dass du mich widerspiegelst, das ist auch nicht ohne. Weil ich versuche, gegenüber euch Kindern objektiv zu bleiben, weil wir kennen alle unsere Schwächen und unsere Plus. Aber ich glaube, vielen anderen Menschen gelingt es nicht einfach zu sagen, hey, mach jetzt wieder Sport, weil ich weiß, es tut dir gut. Sondern sehr viele Menschen, dadurch, dass sie selber sehr viel Sport machen oder diesen Wunsch haben, es zu machen, an die Kinder produzieren, weil sie es entweder selber extrem betreiben oder selber wollen es nicht schaffen. Oder wenn du zu mir sagst, hey, Mama, du isst so wieder zu schnell und ich habe gerade irgendwas vor mir, Kaiserschmarrn oder mein Schweinsbrann. Dann vergiss sie mich. Und ich weiß, meine Tochter Alexandra, deine Schwester, sagt immer, Mama, du solltest 30 Mal kauen. Aber das hilft wirklich. Und das hilft, ich weiß, aber Schatz, ich vergiss mich dann. Und dann, wenn du mich anschaust und sagst, Mama, du verschlingst das wieder, in dem Moment könnte ich dich echt... Aber dann denken wir, nein, nein, Nathalie, du sollst wieder langsamer essen. Und weißt du, was ich meine? Es ist nicht leicht, die beste Version von dir zu finden und zu machen. Es ist eine Reise. Ich finde es spannend, was du angesprochen hast mit dem, dass Widerspiegeln auch falsch aufgefasst werden kann, im Sinne von, man hört mit dem falschen Ohr hin. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wenn mir jetzt auf Instagram Personen mit ihren Inhalten begegnen, dann sehe ich das in den seltensten Fällen als eine Form von Kränkung, negativen Kommentar meiner Person gegenüber. Weil ich zu denen ja jetzt nicht wirklich eine emotionale Verbindung habe. Also ich bin von deren Urteil in meinem Leben überhaupt nicht abhängig. Und ich glaube, wenn das so im familiären Kontext passiert, das sind ja ganz andere Dynamiken. Mir ist es sehr wichtig, was du von mir hältst. Und dir ist ja auch wichtig, was ich von dir halte. Das ist jetzt in einem Social-Media-Kontext ziemlich irrelevant, was Influencerin XY vor mir hält. Und ich glaube, das ist eben eine spannende Dimension in dem Konstrukt. Beste Version von dir selbst. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, wirklich zwei tolle Themen angesprochen. Wo fühle ich mich zu Hause? Und die beste Version von dir selber. Weil über das könnte man wirklich lange reden, diskutieren, vielleicht eben von den Zuhörern Feedbacks kriegen, über was sie gern reden wollen würden. Dieses Widerspiegeln von der Familie, das ist wirklich nicht ohne. Weil wenn du dem Kind sagst, mach das, mach dieses, verbessere das. Mit dieser Rückmeldung, mit diesem Feedback an die Kinder muss man so arg aufpassen. Willst du eigentlich durch dein Kind dich erfüllen? Oder fühlst du dich dadurch besser als Eltern, weil du dann über das Kind widerstehst? Und da sind auch Sachen, wo wirklich sich auch Eltern, ich sage nicht immer nur Mutter, Mutter, weil ich jetzt eine Frau bin und eine Mutter bin für dich, sondern Eltern allgemein, was tun sie damit, was tun sie damit den Kindern, indem sie Feedbacks geben, wo sie nicht zuerst mit sich reflektieren. In diesem Fall würde ich auch sagen, ich glaube, dass Eltern nicht immer probieren, damit die Kinder zu formen und ihre Vorstellungen auf sie zu projizieren, sondern Personen sind ja oft Spiegel für uns und sie geben uns aber auch Bestätigung. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Leben, meine Gewohnheiten in meinem Leben sind nicht gut für mich, aber ich kann sie gerade nicht ändern, dann sind die Kinder auch eine gute Rückversicherung zu sagen, hey, die haben auch diese Gewohnheiten, also kann es gar nicht so schlecht sein, weil ich ja dann ein Verhalten von einer anderen Person gespiegelt bekomme, die das Verhalten von mir hat, aber ich blende das, glaube ich, auch ein wenig aus, sondern ich nehme das einfach nur als Bestätigung dafür, dass mein Verhalten ja gar nicht so schlecht sein kann. Weißt du, wie ich das meine? Das habe ich sehr oft erfahren mit euch vier, weil ich kenne euch vier, also meine vier Kinder, so gut, dass ich wirklich jeden Einzelnen objektiv einschätze. Wenn ich was vorgeschlagen habe für euch Einzelnen, was meine Meinung nicht schlecht wäre, dass ihr macht es, immer wieder, wo ihr auch kleiner wart, kannst, aber Mama, warum machst du das nicht? Und über das habe ich dann angefangen nachzudenken, hey, was macht das mit einem Kind? Mein Bemühen auf meine Reise als Mutter, als jemand, der die beste Version von sich, dass ich ein zufriedener Mensch bleiben möchte, wollte ich immer aus euch eigene Individuen machen. Kennst du die Familie, wo alle immer gleich angezogen sind, wo alle, also Eltern, die Kinder, gleich angezogen, gleicher Modestil, gleiche Interessen, gleiche Autos, gleiche Friseur. Mag auch sein, wenn die Menschen damit glücklich sind, passt auch. Aber ich habe immer für mich gedacht, ich will nicht, dass meine Kinder dasselbe tragen wie ich oder dasselbe Modestil oder, wie soll ich dir das erklären? Ich habe immer versucht, wo ihr klein wart, habe ich euch zum Einkaufen mitgenommen, zum Beispiel bei dir, weil du warst immer sehr kreativ, was Anziehsachen betroffen hat. Du wolltest immer experimentieren, rosa, lila, rot. Du warst immer farbenfroh, was Aussuchen von Kleiderstücken betrifft. Und dann kamen immer irgendwelche von der Seite Menschen, ob das mein Vater war oder mein Onkel, ist es schon okay, dass der Alexander rosa trägt oder rot? Und dann habe ich gesagt, ja schon, weil er will das. Dass Leute ja auch einen immer mit ihren Vorstellungen ja auch nicht immer, aber sehr oft blockieren. Ja. Das ist dann schwierig. Da muss man ja auch so ein Charakter sein, dass man dann sagt, okay, danke für deine ungefragte Meinung, aber nein, danke. So, dass du das dann nicht weiterträgst, sondern du nimmst, okay, die Person kann dir das jetzt mal sagen, so, aber ich persönlich bin mir dann zum Beispiel schwer, das dann dabei zu belassen, dass ich das dann einfach nur aufnehme und sage, okay, eigentlich ist es egal, was die Person sagt, sondern ich denke dann so drüber nach. Ich komme so ein bisschen ins Grübeln. Ich will das so nachvollziehen. Obwohl manche Punkte muss man nicht nachvollziehen. Die Person sagt es einfach und du denkst dir, okay, passt, danke, nein, danke. Genau. Ja, ich habe großteils der Zeit versucht, dich davon zu beschützen. Also ich habe die Leute blockiert, weil du warst ja klein, was heißt schützen? Du warst stur, was deinen Modegeschmack betrifft und ich fand das super. Ja, ich bin jetzt aber auch jetzt nicht in, keine Ahnung, was rumgelaufen. Nein, nein. Also ich finde halt, was das sehr gut zeigt, ist, wie oft Vorstellungen auch Leute blockieren im Sinne von, wie eng deren Rahmen ist. Das sind einfach ein paar Farben. Weißt du, wie ich meine? Aber da kommen wir wieder auf das, die beste Version von sich. Die Reise, die man macht, ist nicht leicht, nicht leicht, diese ganzen Feedbacks und Rückmeldungen bis zu gewissem Grad anzunehmen, aber dennoch versuchen in sich hineinzuhören, was macht die Veränderung mit mir? Was machen meine Gewohnheiten mit mir? Was macht das mit mir, wenn mein Sohn sagt zu mir oder meine Tochter, Mama, bitte versuch jetzt 30 Mal zu kauen, du wirst sehen, es geht da besser. Ich habe dann zum Beispiel für mich gespürt, oh, meinem Magen geht es besser danach und ich esse auch weniger. Aber für das alles muss man sich Zeit nehmen und ich selber bin so dankbar für euch vier, dass ihr mir immer wieder diese Rückmeldungen und Feedbacks gebt. Weil damit wachse ich an meiner Reise, die beste Version von mir zu kreieren. Ja, und ich würde mich wirklich sehr freuen darüber, dass die Menschen, die uns zuhören, einfach ein paar Sätze dazu schreiben, wie sie bei das denken, die beste Version von mir oder wo fühle ich mich zu Hause, auch vielleicht Anregungen, über was sie reden würden, wo wir vielleicht anschneiden könnten. Dann kann man wieder zu dem Thema sehr gerne zurückkommen, weil ich glaube, mein Sohn, mein Schatz, dass wir nicht alleine sind, die sich über dieses Thema Gedanken machen. Ich danke dir, dass du wieder aus Wien nach Hause gekommen bist. Gerne, es war voll schön mit dir. Ja. Voll danke für das schöne Gespräch. Ich danke dir für dich. Tschüss, mein Schatz. Ciao, Mama. Ciao, Mama.